Moin Leute, in der Bundesliga werden seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013-2014 die Geschwindigkeiten der Spieler gemessen. Durch dieser neuen Technologie kann man die Daten schon während der Partie live mitverfolgen. Seit Beginn der Messung gelang es bisher nur 5 Bundesligaspieler die Marke von 36 kmh zu knacken. Alphonso Davies hält weiterhin den Allzeitrekord in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern-Linksverteidiger wurde in der Saison 2019-2020 mit 36,51 kmh geblitzt. In dieser aktuellen laufenden Saison reicht es aber Davies nur für Rang 3. Seit dem 32. Spieltag gibt es einen neuen. Wer das ist, erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, es wird dich bestimmt umhauen. Im heutigen Video geht es um die 5 schnellsten Bundesligaspieler aus der Saison 2020-21. Die Top 5 eröffnet der erste Bayern-Spieler. Kingsley Coman hat seine Stärken vor allem in Dribbling. Dabei hilft den Franzosen vor allem sein überragender Antritt. Mit 35,68 kmh der zweitstelligste Bayern-Spieler auf dieser Liste. Auf Platz 4 findet sich der erste Innenverteidiger auf dieser Liste wieder. Und es wird der letzte hier sein. Mit dem VfL spielt der Französe Maxime LeCroix, LeCroix, sorry, ich spreche kein Aufgeben, eine überragende Saison. Der 21-jährige Franzose ist einer der Shootingstars der Liga. Eine Qualität, die dem robusten Verteidiger dabei enorm hilft. Sein unfassbarer Speed. Mit seiner Sprintgeschwindigkeit von 35,75 kmh ist der junge Franzose der schnellste Innenverteidiger auf dieser Liste. Auf Platz 3 ist, wie angesprochen, Alphonso Davies. Fonzi ist und bleibt eine kanadische Rakete und hält bis heute den Allzeitgeschwindigkeitsrekord der Fußball-Bundesliga und rannte über 36 kmh schnell. In dieser Saison 2020-2021 knackte der Linksverteidiger die magische Schallmauer von 36 kmh jedoch nicht. Denn diese Saison erreichte Davies nur eine Geschwindigkeit von 35,97 kmh. Nicht weniger dynamisch als Davies' BVB-Tormaschine Erling Braut Haaland. Zuletzt sprintete er sich in Stuttgart auf Rang 1 mit 36,04 kmh in der Top-Liste der schnellsten Bundesligaspieler 2020-21. Doch der Platz 1 ist ihm leider wieder weggerannt. Was für ein schlechter Wortwitz, beschwert euch bei der Seite, wo ich diese Liste ablese. Ich meine, ich lese hier nichts ab. So, auf Platz 1 ist nicht Marc Ute, der bei einer Autogrammstunde mit freundlichen Schalke-Fans gefühlt 50 kmh gelaufen ist. Ist hier komischerweise nicht auf Platz 1. Usain Bolt hat hier bestimmt Auge gemacht. Sondern auf Platz 1 ist ein Mainzer. Und zwar von Jeremia Sanjus. Der Mainzer Innenverteidiger sprintete gegen Eintracht Frankfurt unfassbare 36,1 kmh schnell. Damit gehört dem 24-jährigen Niederländer der Platz 1 an der Spitze in der Saison 2020-21. Hättet ihr diese Top-Liste erwartet? Gefällt euch dieses Video? Was war euer Top-Speed? Seid ihr mal schneller als Usain Bolt gelaufen? Oder rennt ihr gerne Autos hinterher? Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.